Seien Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung der Rechtsstaat auf Kontrafunk der Stimme der Vernunft. Mein Name ist Dirk Sattelmayr, ich bin Rechtsanwalt aus Köln und darf Sie durch die heutige Sendung führen. Am heutigen Tag von Allerheiligen wollen wir zurückblicken, aber auch auf aktuelles schauen. Auf eine Zeit, die Merkwürdigkeiten auch im Recht hervorgebracht hat und die es nach wie vor schwer hat, aufbereitet zu werden. Die Corona-Zeit hat über drei Jahre das Leben von uns allen auf unterschiedlichste Art und Weise geprägt und viele Millionen Menschen an ihre Grenzen gebracht. Wir Bürger sahen uns dabei den massivsten Grundrechtseinschränkungen seit Bestehen der Bundesrepublik ausgesetzt. Und das, obwohl eben jene Grundrechte der Artikel 1 bis 19 aus guten historischen Gründen als sogenannte Abwehrrechte vor allem gegen eine allzu übergriffige Exekutive geschaffen wurden. Die Rechtsprechung aber, hier insbesondere die Verwaltungsgerichtsbarkeit, segnete oftmals allzu willfährig das Corona-Regime ohne jegliche Prüfung einer Verhältnismäßigkeit und allein mit dem Verweis auf die RKI-Expertise ab. Dies führte im weiteren Verlauf zu einer regelrechten Anklageflut gegen bis dahin völlig unbescholtene Bürger vor den Strafgerichten. Die Rufe nach einer Aufarbeitung der Corona-Zeit verstummen entgegen dem sicherlich verständlichen Wunsch der seinerzeitigen Maßnahmenprotagonisten nicht. Im Gegenteil, der Sächsische Landtag beschließt mit den Stimmen von AfD und BSW die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Ein Verwaltungsgericht vernimmt den RKI-Präsidenten als Zeugen und kommt zu der Erkenntnis, dass die einrichtungsbezogene Nachweispflicht verfassungswidrig war und selbst die ARD startet den skurrilen Versuch, ihren ehemaligen Frontkämpfer einer Impfpropaganda nun zum Chefaufklärer in Sachen Corona zu erklären. Eine ehrliche Aufarbeitung muss jedoch vor allem umfangreich juristisch erfolgen. Hierzu wollen wir mit unserer Sendung heute und auch zukünftig weiterhin einen Beitrag leisten. Zu Beginn bespreche ich mit dem Kollegen Ralf Ludwig im Rahmen einer neuen Themenreihe eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die zu weit reichenden Konsequenzen für Versammlungsteilnehmer auf den sogenannten Corona-Demonstrationen geführt hat. Einer der Initiativen eben jenes Corona-Protestes steht derzeit in Stuttgart vor Gericht. Über den Fall Michael Ballweg und vor allem den steuerrechtlichen Aspekt des Verfahrens spreche ich mit Prof. Dr. Homburg. Zum Schluss schauen wir auf die Auswirkungen der Corona-Rechtssprechung auf die Ärzte schafft. Hierzu berichtet uns der Hamburger Rechtsanwaltskollege Ivan Künnemann, der zahlreiche Mediziner, die sich immer noch vor den Gerichten wegen des Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse verantworten müssten, verteidigt. Ich wünsche Ihnen eine informative und vielleicht auch spannende Sendung. Eine Aufarbeitung der Corona-Zeit erfolgt, wenn man es wohlwollend ausdrückt, nur sehr schleppend bis gar nicht. Dabei kommt es auch und vor allem darauf an, dass die seinerzeit stattgefundene Erosion des Rechtsstaats, um es mit den Worten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier auszudrücken, aufgearbeitet wird. In unserer Sendung der Rechtsstaat wollen wir da in den kommenden Wochen und Monaten in einer Themenreihe gerichtliche Entscheidungen aus eben jener Corona-Zeit näher beleuchten, die für die Beschneidung einzelner Grundrechte durch exekutive Verordnungen von besonders fundamentaler Bedeutung waren. Wir beginnen heute mit dem Recht auf Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz. Dieses Recht wurde gleich zu Beginn der Corona-Krise so stark eingeschränkt, dass es in einigen Bundesländern teilweise gar nicht mehr ausgeübt werden konnte. Wir erinnern uns an die Bilder der sogenannten Hygienedemonstrationen im April 2020 in Berlin, auf denen Personen mit dem Grundgesetz in der Hand teilweise sehr rüde von der Polizei festgenommen wurden. Über die Einschränkungen des Versammlungsrechts spreche ich nun mit dem Rechtsanwaltskollegen Ralf Ludwig, der einen großen Anteil daran hatte, dass sich die Situation bereits ab Mitte April 2020 wieder ein Stück normalisierte, allerdings auch später dramatisierte. Bevor wir weitersprechen, möchte ich den Hörern mitteilen, dass wir uns sehr gut kennen und daher auch duzen. Ja, wie ich eingangs beschrieben habe, war das Recht auf Versammlungsfreiheit zu Beginn der Corona-Krise fast gänzlich aufgehoben. Das änderte sich jedoch bereits am 16. April 2020. Herr Kollege, was passierte an dem Tag? Wir haben eine positive Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erhalten. Ich muss vielleicht ein bisschen davor anfangen, warum wir überhaupt beim Bundesverfassungsgericht waren. Also das Bundesverfassungsgericht hat im Endeffekt gesagt, dass auch in Krisenzeiten, auch dann, wenn wir einen Ausnahmezustand haben, die Grundrechte nicht außer Kraft gesetzt werden dürfen. Was für uns beide, wir beide haben uns ja kurz danach kennengelernt, eigentlich selbstverständlich war, aber offensichtlich in der Bundesrepublik Deutschland des Frühjahrs 2020 nicht so offensichtlich war. Und das führte dazu, dass Herr Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, eine seiner ersten Demonstrationen in Stuttgart durchführen wollte, diese anmelden wollte und auf der Seite der Stadt Stuttgart keine Möglichkeit mehr fand, diese Versammlung anzumelden, weil die Versammlungsanmeldungsmöglichkeit schlicht von der Webseite genommen wurde. Daraufhin hat er dort angerufen und dann wurde ihm gesagt, nein, wir haben Krisenzeiten, wir haben eine Pandemie und in einer Pandemie könne man nicht demonstrieren. Und deswegen würden sie schon eine solche Versammlungsanmeldung gar nicht entgegennehmen. Und wir haben uns dann kennengelernt. Er hat einen Anwalt gesucht, der ihn da vertritt. Und ich bin halt Verwaltungsrechtler und hatte mich am Anfang der Corona-Maßnahmen schon als Maßnahmenkritiker gezeigt. So sind wir zusammengekommen. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, da macht man ein zweitiges Rechtsschutzverfahren beim Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht sagt natürlich, gilt, ist Verwaltungsverfahrensgesetz, gilt das Grundgesetz und gilt auch die Verwaltungsgerichtsordnung und das wird schnell durchgehen. Und ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat gesagt, nein, wir haben eine Pandemie und in einer Pandemie könne man nicht demonstrieren. Und dann bin ich zum Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg gegangen. Der hat sich so ein bisschen lustig gemacht über mich und ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Man hat gesagt, nein, in einer Pandemie kann man nicht demonstrieren. Da ist Pandemie, da bleibt man zu Hause. Und dann habe ich eben das Bundesverfassungsgericht mit einem Eilverfahren angerufen. Und dann kam eben diese Entscheidung, die du ja gerade eingangs erwähnt hast, wo dann das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, selbstverständlich gelten Grundrechte auch in einer Pandemie. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch ein guter Einstieg, darüber zu diskutieren, wie denn die Behörden und die Staatsmachtinhaber Anfang 2020 in Bezug auf ihre Bevölkerung und auf die Grundrechte gedacht haben. Ja, eigentlich eine unglaubliche Sache, dass man mit einem Federstrich das Recht auf Versammlungsfreiheit einfach so kippen kann. Und zwar im Rahmen der Exekutive. Und das habe ich ja auch mitbekommen. Es gab wohl noch die Möglichkeit, in einzelnen Verordnungen hier mit maximal 50 Personen unter großen Abständen dann zu demonstrieren. Aber hier war es ja so, dass ganz offenbar das Versammlungsrecht hier komplett aufgehoben war. Es kamen ja danach auch die großen Demonstrationen in Berlin im August 2020, die übrigens keine Maskenpflicht beinhalteten. Die am 1. April wurde ja wegen Abstandsverstößen dann von der Polizei schließlich aufgelöst. Das ist ziemlich legendär. Da weiß auch sicher jeder noch, wie es damals war. Am 29. August konnte die Versammlung dann zu Ende geführt werden. Ein Protestcamp, das anschließen sollte, wurde jedoch verboten. Im November 2020 wurde eine Versammlung in Leipzig, die ebenfalls sehr groß war, dann wegen vermeintlicher Abstandsverstöße auch aufgelöst. Und eine Woche später sahen sich dann Versammlungsteilnehmer in Berlin, die gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes demonstrierten, sogar Wasserwerfern ausgesetzt. Und dann im Dezember 2020 gab es eine Entscheidung erneut des Bundesverfassungsgerichts, die ein Versammlungsverbot der Stadt Bremen bestätigte. Und diese Entscheidung gilt in meinen Augen jedenfalls als fundamental für die weitere Einschränkung des Rechts auf Versammlungsfreiheit in der gesamten Corona-Zeit. Was hatte es mit dieser Entscheidung auf sich? Ja, in Bremen sollte eine Demonstration durchgeführt werden mit 20.000 Teilnehmern. Wie du gerade richtig hergeleitet hast, gab es ja mehrere große Demonstrationen und die Querdenken-Bewegung wurde, anders als in den Medien dargestellt, nicht kleiner, sondern größer. Das heißt also, immer mehr Menschen haben sich gegen die Maßnahmen gewehrt, fanden die Maßnahmen unverhältnismäßig, konnten diese nicht nachvollziehen, die ja auch entgegen ursprünglicher Ankündigungen der Politik immer schärfer wurden, immer härter wurden. Also man hatte das Gefühl tatsächlich, sich quasi gar nicht mehr frei bewegen zu dürfen. Und dann wurden die Demonstrationen natürlich immer größer. Und jetzt bestand ja die Problematik, dass das Bundesverfassungsgericht einerseits gesagt hat, Grundrechte gelten auch in einem Ausnahmezustand. Andererseits man ja aber diese Kritik auf der Straße, gerade auch in der Größenordnung, nicht ertragen wollte. Und man deswegen nach Lösungen gesucht hat, wie können wir diese Demonstration jetzt trotzdem kleinkriegen oder gegebenenfalls verbieten, ohne das Demonstrationsrecht offiziell per se anzugreifen. Und da wurde dann ja letztlich mit einem Zirkelschluss argumentiert. Es wurde halt gesagt, dass sich die Querdenker ja an die Maßnahmen, die sie ablehnen, ohnehin nicht halten würden. Und deswegen man dann, wenn die Gefahr bestünde, dass die Teilnehmer sich nicht an die Maßnahmen, die von den Behörden ohne weitere Begründung erlassen werden könnten, halten würden, dann würde per se eine Gefahr für Leib und Leben Dritter bestehen. Und dann dürfe eine solche Demonstration auch ohne noch irgendwelche milderen Mittelabstände, andere Regeln einzuhalten, verboten werden. Und das wäre dann auch verfassungskonform. Und damit ist dann quasi auf dem kalten Wege das Demonstrationsrecht, was man im April erst so hoch gehalten hat, wieder abgeschafft worden. Hier muss man vielleicht anfügen, dass ein Versammlungsverbot vor der Corona-Zeit nur dann möglich war, wenn eine Gefahr, die hier drohte, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach auch eintreten würde. Das heißt also, man musste tatsächlich vorher feststellen, behördlicherseits, dass eine solche Gefahr eben tatsächlich eintritt. Hier war es ja etwas anderes, weil die Gefahr, dass sich Menschen infizieren auf diesen Demonstrationen, die war ja gar nicht nachgewiesen. Und wie wir jetzt auch wissen, ist die Ansteckung im Freien, und das hat das RKI ja auch durchaus so gesehen, ist gar nicht so sehr möglich. Eine Gefahr bestand eben auch bei Nichtbeachtung der dann aufwendigen Maskenpflicht ja nicht. Das Schlimme an dieser Entscheidung ist, dass im weiteren Verlauf der Corona-Zeit natürlich Städte und Gemeinden in ihren Ämtern sehr gerne auf diese Verbotsentscheidung verwiesen haben, wenn eben derartige Demonstrationen angemeldet wurden. Und somit wurde das Versammlungsrecht hier mehr oder weniger zum Erliegen gebracht. Und wenn Menschen dann trotzdem sich versammelt haben, wurde diese Versammlung sehr schnell aufgelöst und mit den ganzen negativen Folgen, die wir kennen, Festnahmen, wo dann eben Widerstand gegen Verstreckungsbeamte daraus resultierten oder eben auch Maskenverstöße, die dann mit aller Härte verfolgt wurden. Also das sind ja Bilder, die da entstanden sind, die man so schnell auch nicht vergisst. Das ist das, was daraus entstanden ist. Vor dem Hintergrund, würdest du diese Entscheidung auch als den wohl größten Eingriff in das Recht auf Versammlungsfreiheit werten? Oder welche Erfahrung hast du da gemacht im Nachgang zu dieser Entscheidung? Ich würde sagen, dass diese Entscheidung aus meiner Sicht ein Zeichen dafür ist, dass Grundrechte, dass die unveräußerliche Geltung von Grundrechten quasi auf bürokratischen Wege ausgehebelt werden kann. Das heißt also, ein Grundgesetz, was uns eigentlich schützt, was Abwehrrechte für die Bürger bereithält, die wir ja als Geburtsrechte haben, das schützt dann nicht, wenn man wie hier und diese Entscheidung aus Bremen ist wirklich insofern sehr interessant, weil das Bundesverfassungsgericht einerseits ja den ganz, ganz hohen Wert der Versammlungsfreiheit als konstitutives Grundrecht für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung beschreibt und dann aber sagt, ja, aber wenn sich Menschen an Regeln, die wir geben, egal wie plausibel die sind oder nicht, nicht halten, dann ist dieses Gesetz einfach mit der Behauptung, ja, auf der anderen Seite wäre Leib und Leben in Gefahr, völlig außer Kraft zu setzen. Und damit hat man im Prinzip gezeigt, dass man mit einem Federstrich, was vorher die Behörden gemacht haben, jetzt als höchstes deutsches Gericht ein Grundrecht komplett ausheben kann und sagen kann, jetzt gilt es nicht mehr. Und das ist ja das, was sich dann danach gezeigt hat. Die Versammlungsbehörden haben dann eben regelmäßig genau auf diese Entscheidung rekurriert und haben mit Begründung dieser Entscheidung dann reihenweise Versammlungen abgelehnt, sodass es ja dann sehr, sehr schwer war. In Berlin ist ja dann zum Beispiel also die Wiederholungsversammlungen in Berlin im August, die Querdenken angemeldet hat. Die Großen sind ja verboten worden, haben eben nicht stattgefunden. Da konnte man halt dann erleben, dass die Behörden sich darauf berufen haben. Und letztlich war das dann, sage ich mal, die Geburtsstunde der Montagsspaziergänge im nächsten Jahr oder überhaupt der Spaziergänge im nächsten Jahr, wo die Menschen dann gesagt haben, naja, wenn es uns verboten ist, offiziell angemeldete Demonstrationen zu machen, dann gehen wir halt auf die Straße, ohne diese noch anzumelden. Genau, das ist ein guter Aspekt, nämlich darauf hinzuweisen, dass die Menschen sich dann selbst organisiert haben, indem sie eben auf die Straße gegangen, sich versammelt haben, friedlich und ohne Waffen, so wie es auch im Artikel 8 steht. Denn dann ist es sehr schwierig für die Polizei, eine solche Versammlung aufzulösen, denn sie ist ja zunächst erstmal nicht verboten. Und genau das ist dann auch versucht worden, mit Allgemeinverfügungen hier ganz allgemein eben für einen bestimmten Zeitraum Demonstrationen zu verbieten. Und zwar nur deswegen, weil eben die Vergangenheit dann gezeigt hat, dass diese Menschen montags demonstrieren eben gegen die Corona-Maßnahmen. Und aus diesem Grund wurden dann eben mit einem weiteren Federstrich Versammlungen ganz allgemein verboten, per Allgemeinverfügung. Das sind Auswüchse, die es so in unserer Zeit noch nicht gegeben hat. Und hier noch eine Frage auch im Anschluss an diese Entscheidung. Ist dir bekannt, ob dieses Verfahren noch läuft oder ist das Hauptsacheverfahren da abgeschlossen? Denn es war ja seinerzeit auch von dem Bundesverfassungsgericht eine eilgerichtliche Entscheidung. Also wir haben noch mehrere Entscheidungen in Bezug auf die großen Demonstrationen. Also es läuft noch das Hauptsacheverfahren vom 1. August 2020. Es läuft noch ein Hauptsacheverfahren vom 29. August. Da geht es aber um die Verhinderung des Aufzugs. Es ist ja an diesem Tag dann auch, der Aufzug war ja eigentlich erlaubt und durfte dann nicht losziehen, ist dann gesperrt worden und danach verboten worden. Das ist auch insofern spannend, als wir dadurch natürlich auch Einblicke haben in die ganzen Aktionen, die da rund um den Reichstag passiert sind, mit denen Querdenken nichts zu tun hatte, die aber Querdenken zugeschrieben wurden. Es laufen noch weitere Hauptsacheverfahren in Bezug auf Berlin. Und die Polizei hat natürlich nichts vorzutragen. Also das kennen wir ja auch. Also wir erleben das ja gerade, dass wir sehr viele dieser Hauptsacheverfahren, gerade wo es um Einkesselungen ging und ähnliche Dinge, jetzt im Nachhinein gewinnen, weil es ja nichts Beleghaftes gibt. Ja, also das sind ja alles, wenn man so will, Verschwörungstheorien gewesen. Ja, also die Behörden haben ja letztlich Verschwörungstheorien verbreitet und aufgrund dieser Verschwörungstheorien dann staatliche Maßnahmen angeordnet. Und das lernen wir ja jetzt in den Hauptsacheverfahren, wenn wir dann nämlich den Behörden gegenüber sitzen und mal nachfragen, ja, woher haben sie denn überhaupt ihre Kenntnis? Dann kommt nichts und dann wird auf die Seiten des RKI verwiesen. Dann sagen wir immer, naja, die Webseite des RKI ist ja nur eine Bewertung dessen, was irgendwelche Presseleute oder irgendwelche politischen Leute über die wissenschaftliche Arbeit des RKI gemacht haben. Es ist ja aber nicht die wissenschaftliche Arbeit des RKI. Was hatten sie denn tatsächlich für Erkenntnisse? Und dann ist immer Schweigen im Walde. Ja, und so gewinnen wir dann die Verfahren. Aber unser Problem ist natürlich, dass konkret in den Eilverfahren, und das gilt natürlich auch für die Zukunft, wenn die Gerichte wieder so handeln, erst mal die Aktionen der Menschen, auf die Straße zu gehen und ihren Protest nach draußen zu tragen, verboten sind. Und dann nützt auch nichts, hinterher in den Hauptsacheverfahren dann am Ende Recht zu bekommen. Ja, das ist schon richtig. Allerdings tragen diese Hauptsacheverfahren, sofern sie denn erfolgreich sein werden, und sicherlich auch dazu bei, dass derartige Entscheidungen sich vielleicht nicht wiederholen, so einfach. Deswegen ist es wichtig, dass sie zu Ende geführt werden. Du hast natürlich das Stichwort genannt, RKI. Da gibt es ja entsprechende Leaks, das heißt also, jemand hat interne Dokumente durchgestochen, die eben belegen sollen, dass hier das RKI ja doch eher politische Entscheidungen nach außen transportiert hat. Intern ist allerdings Bedenken an der wissenschaftlichen Expertise gab, die da nach außen transportiert wurde. Und das bezieht sich eben auch auf zum Beispiel den Umstand, wie sieht es mit einer Ansteckung im Freien aus und somit eben auch auf die Demonstrationsverbote. Wie wird sich denn das möglicherweise noch auf die Hauptsacheverfahren auswirken? Siehst du da eine Chance, dass diese RKI-Protokolle tatsächlich auch in die Hauptsacheverfahren noch eingeführt werden? Ja, das passiert ja schon. Also ich führe ja eine Menge Verfahren. Ich führe die auch ein. Und es ist ja insgesamt sehr spannend. Du bist ja auch einer derjenigen gewesen, die von Anfang an immer gesagt haben, das RKI ist eine politische Behörde. Es ist weisungsgebunden. Und als weisungsgebundene Behörde holt sich quasi das Bundesgesundheitsministerium über eine ihm selbst unterstellte Behörde die Legitimation für die Maßnahme, die es dann über das Parlament ins Gesetz schreiben lässt. Und das große Problem für uns war, dass die Gerichte diese Dinge niemals hinterfragt haben, was sie aber hätten tun müssen. Auch die Gerichte. Ich streite mich gerade mit dem Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg. Denen werfe ich das auch deutlich vor. Ich sage, Sie haben doch die ganze Zeit nur Ihre Interpretation der Veröffentlichungen des RKI auf seiner Webseite als die wissenschaftliche Meinung des RKI genutzt. Das werfe ich den Richtern vor. Ich sage das, weil so wie Sie den Inhalt gelesen haben und interpretiert haben, haben Sie ihn in Ihren Entscheidungen, Eilentscheidungen als wissenschaftliche Auffassung des RKI behauptet. Was ja nicht stimmt, was wir jetzt auch durch diese RKI-Leaks sehen. Und da stellt sich ja die Frage, und das spiegle ich jetzt mal an dich zurück als Jurist. Wir haben ja in § 4 Infektionsschutzgesetz diese besondere Rolle des RKI. Die besondere Rolle des RKI kann doch aber gar nicht bestehen im Sinne des § 4, wenn es sich hier a um eine weisungsgebundene Behörde handelt und b die Veröffentlichungen des RKI nicht im Sinne der wissenschaftlichen Veröffentlichungen für Entscheidungen der Behörden genutzt werden, sondern irgendwelche politisch determinierten Entscheidungen, die auf der Webseite veröffentlicht werden, für bare Münze genommen werden und dann quasi über § 4 Infektionsschutzgesetz Gesetzescharakter haben. Das ist doch die Problematik, die wir hatten. Und die müssen wir jetzt in den Hauptsacheverfahren aufarbeiten, damit wir da Klarheit haben, damit so etwas nicht mehr passiert. Das heißt, wenn ein Gericht sich in Zukunft auf das RKI berufen will, dann muss es das RKI fragen, muss sagen, wie ist euer wissenschaftlicher Stand, wie ist euer wissenschaftlicher Streit und welche Informationen können wir daraus ziehen. Und kann nicht mehr einfach auf die Webseite gucken und sagen, so das ist jetzt die wissenschaftliche Auffassung des RKI. Ja, lieber Ralf, wie wir denn Ausführungen entnehmen können, tut Aufarbeitung auch die juristische oder eben auch vor allem diese Echtnot. Die Aufarbeitung ist ja eher nicht im Gange, wie wir beide wissen. Wir wollen versuchen, dass sie in Gang kommt. Und durch die Hauptsacheverfahren, die du noch führst, trägst du ja sehr stark dazu bei, dass es zumindest eine juristische Aufarbeitung in Teilen gibt. Ich denke, wir sollten uns in Zukunft hier nochmal treffen und schauen, wie das sich so entwickelt. Wir werden diese Reihe hier mit Entscheidungen, die eben Grundrechte sehr stark eingeschränkt haben in der Corona-Zeit, fortsetzen. Und hin und wieder werden wir auch gerne nochmal auf dich zurückkommen. Ich danke dir für das Interview und alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank gleichfalls. Die Corona-Zeit brachte zahlreiche neue Akteure ins gesellschaftspolitische Spiel, welche sich gegen die staatlichen Maßnahmen mit den einschneidenden Grundrechtseinschränkungen erhoben haben. Diese Protagonisten werden auch heute noch von der Justiz beschäftigt. Einer von ihnen ist der Querdenken-Initiator Michael Ballweg. Dieser steht derzeit vor dem Landgericht Stuttgart vor Gericht. Neben den bekannten Vorwürfen des versuchten gewerbsmäßigen Betruges in 9.450 Fällen, sieht er sich auch dem Vorwurf der Steuerhinterziehung ausgesetzt. Hiernach soll Ballweg die Erklärung zu seinen Einkünften verspätet abgegeben haben. Betroffen sind sowohl die persönliche Einkommenssteuer wie auch die Körperschafts- und Umsatzsteuer für das Jahr 2020. Die Abgabefrist hierfür endete am 31.08.2022. Zu diesem Zeitpunkt saß Ballweg jedoch bereits seit zwei Monaten in U-Haft. Dabei wurden sämtliche Geschäftsunterlagen sowie Datenträger im Rahmen der Hausdurchsuchung von der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Zu diesem Thema begrüße ich Professor Homburg. Er ist Professor für öffentliche Finanzen an der Leibniz-Universität Hannover. Weniger bekannt ist, dass er seit Jahrzehnten auch als Steuerberater tätig ist und sogar über 30 Jahre lang Vorlesungen und Vorträge im steuerrechtlichen Verfahrensrecht gehalten hat. Er dürfte daher bestens sich im Wirrwarr der Steuergesetzgebung auskennen und uns diesen bisher weniger beleuchteten Aspekt der Anklage gegen Michael Ballweg einmal etwas näher bringen. Herr Professor Homburg, Sie kennen die Anklageschrift und können uns da sicherlich etwas zu sagen. Zunächst einmal, Herr Ballweg war ursprünglich ja eigentlich nur wegen des versuchten Betruges, wie sie später herausstellte, in Untersuchungshaft. Wie kam es dann im Verfahren überhaupt zu dem steuerrechtlichen Vorwurf? Ja, das begann sehr früh. Also aus der Beiakte, die ich auch habe, die 800 Seiten stark ist und aussagekräftiger als die Anklageschrift, ergibt sich, dass schon im Jahr 2020, und zwar am 27. Oktober, eine Anzeige beim Finanzamt einging von einem Anwalt Jun, der in der Szene bekannt ist als jemand, der ständig gegen Nicht-Grüne vorgeht, mit strafrechtlichen und sonstigen Mitteln und Denunziationen. Der Anwalt Jun schrieb dem Finanzamt, dass Michael Ballweg Einnahmen aus Spenden habe. Eigentlich hätte das Finanzamt das ignorieren müssen, hat es anfangs auch. Und ein Jahr später notiert das Finanzamt intern, dass ja die Schenkungen, die an Michael Ballweg erfolgten, bekanntlich alle unter 20.000 Euro lagen, damit nicht anzeigepflichtig waren. Und, das ist der entscheidende Punkt, dass eine Einkommensteuererklärung ja erst Ende August 2022 abgegeben werden müsse. Insofern notiert der Steuerfahnder intern, dass man eigentlich überhaupt nicht vernünftig ermitteln könne. Es könne noch überhaupt keine Straftat verwirklicht sein. Trotzdem hat die Steuerfahndung dann schon im Juni 2022, also vor der Abgabefrist, bei der Hausdurchsuchung bei Michael Ballweg mitgewirkt, was seltsam ist. Herr Ballweg wurde ja dann auch während des Ermittlungsverfahrens tatsächlich eröffnet, dass ein solches Verfahren gegen ihn laufen würde. Allerdings erst Ende September 2022, da saß er drei Monate in Untersuchungshaft. Kommen wir nochmal konkret auf den Tatvorwurf dann zu sprechen, im Rahmen einer vermeintlichen Steuerhinterziehung. Was wird ihm denn da konkret vorgeworfen? Also es ist so, Ende Juni 2022 wurde Michael Ballweg verhaftet für neun Monate. Dann hat die Steuerfahndung offenbar abgewartet, bis der 31. August 2022 erreicht war. An dem Tag hätte er seine Einkommensteuererklärung abgeben müssen und auch die übrigen Erklärungen für sein Unternehmen. Was er aber nicht konnte. Erstens war er im Gefängnis, hatte wenig Kommunikationsmöglichkeiten, kein Internet und so weiter. Der Steuerberater hatte gekündigt. Vor allem aber waren die ganzen Unterlagen beschlagnahmt. Und dann hat die Steuerfahndung schon am 6. September 2022, also sechs Tage nach Ablauf der Erklärungsfrist, ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Das ist nun aus meiner praktischen Erfahrung heraus vollkommen ungewöhnlich. Normalerweise, und das kommt millionenfach in jedem Jahr vor, wenn eine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben wird, bekommt man nach einigen Wochen eine Mahnung. Und in dieser Mahnung wird einem eine Schätzung angedroht. Dass ein Strafverfahren sechs Tage nach Verstreichen der Erklärungsfrist eingeleitet wird, das habe ich noch nie persönlich erlebt und das habe ich auch in der Literatur nirgends gefunden. Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen, denn ich kenne das ja auch. Man hat schon mal, aus welchen Gründen auch immer, die entsprechende Steuererklärung erst verspätet abgegeben und man wird dann vom Finanzamt darauf hingewiesen. Das passiert sicherlich sehr vielen. Und deswegen hat mich das ja auch gewundert, warum hier bereits nach so kurzer Zeit hier das Schlafverfahren gegen ihn eröffnet wurde. Haben Sie Kenntnisse oder eine Einschätzung darüber, warum das hier so restriktiv gehandhabt wurde? Oder können Sie da irgendwas zu sagen, was das Vorgehen hier uns etwas näher bringt? Also ich kenne einen einzigen Fall aus der Literatur, wo jemand wegen verspäteter Abgabe einer Steuererklärung, wegen Steuerhinterziehung bestraft wurde. Das war der frühere CSU-Finanzminister Georg Fahrenschon. Der hatte selbstständige Einkünfte aus Aufsichtsratstätigkeit, die er aber nie deklariert hat. Und er hatte eine mehrjährige Verspätung und hatte insbesondere versucht, Einnahmen komplett zu verheimlichen. Dass sechs Tage nach Verstreichen einer Frist ohne vorige Mahnung Strafverfahren eingeleitet werden, es erscheint mir vollkommen willkürlich und dürfte in der deutschen Rechtsgeschichte absolut einmalig sein. Schon eine simple Mahnung hätte ja ausgereicht. Dann hätte Michael Ballweg einen Antrag auf Fristverlängerung stellen können, mit dem Argument, dass er wegen Beschlagnahme seiner Unterlagen überhaupt nicht in der Lage ist, momentan eine Steuererklärung abzugeben. Diesem Antrag hätte das Finanzamt stattgeben müssen und dann wäre es nie zu einem Steuerstrafverfahren gekommen. Das legt natürlich den Verdacht nahe, dass man hier möglicherweise noch etwas finden wollte gegen Herrn Ballweg, was bisher nicht so bekannt war und hat dann mehr oder weniger einen Vorwurf der Steuerhinterziehung ja konstruiert, wenn ich das mal so sagen darf. Jedenfalls kann ich mich dieses Eindrucks nicht erwehren. Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, ist Folgendes. Es gibt eine Anklageschrift aus dem März 2023. Dort werden konkrete Zahlen dargelegt, in welcher Höhe hier und in welcher Form hier Michael Ballweg Steuern hinterzogen haben soll. Es gibt ja zwei Anklagen, eine aus dem März 2023 und eine aus dem Februar 2024. Zwischenzeitlich hat Herr Ballweg ja seine Steuererklärung abgegeben. Gleichwohl sind beide Zahlen in diesen Anklageschriften identisch. Warum findet das hier keine Berücksichtigung, dass Herr Ballweg zwischenzeitlich seine Steuererklärung ja abgegeben hat und sicherlich auch mit anderen Zahlen? Ist das üblich? Es ist vollkommen unüblich. Das fängt aber schon beim Finanzamt an, dass diese Steuererklärung, die lange vorliegt, einfach ignoriert. Es ist so, die Polizei, also nicht für steuernqualifizierte Beamte, haben im Jahr 2022 irgendwelche Zahlen addiert, Einnahmen und Ausgaben, wobei einer für die Einnahmen zuständig war, ein anderer für die Ausgaben. Und dann sind sie auf eine wirklich dilettantisch erscheinende Weise zusammen mit der Steuerfahndung zum Ergebnis gekommen, hier sei ein Gewinn von 457.000 Euro entstanden. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die ganzen Rechnungen sind fehlerhaft. Eine Steuerberatungsgesellschaft, die Herr Ballweg beauftragt hat, hat eine korrekte Gewinnermittlung gemacht. Auf all diese Dinge, die aus einer regulären professionellen Gewinnermittlung stammen, geht die Anklageschrift nicht ein, weil dann auch ihr Vorwurf gegenstandslos wäre. Und wichtig, es wäre nicht nur der Steuerhinterziehungsvorwurf gegenstandslos, sondern im Grunde auch der Betrugsvorwurf, der darauf beruht, dass Herr Ballweg sich bereichert haben soll. Das heißt, wenn ich Ihre Ausführungen richtig interpretiere, sehen Sie hier sehr gute Chancen für Herrn Ballweg, dass dieser am Ende hier doch mit einem Freispruch aus diesem ganzen Verfahren hervorgeht? Also da bin ich absolut sicher, seit ich letztes Jahr diese Akten bekommen habe von Herrn Ballweg, der mich auch, das muss ich betonen, insoweit von der Schweigepflicht befreit hat. Sonst dürfte ich mit Ihnen das Interview ja gar nicht führen. Ja, da haben Sie recht. Das gilt ja für uns Anwälte auch. Ich war selber ja vor ein paar Tagen noch bei dem Verfahren als Prozessbeobachter und konnte dort mit Schrecken feststellen, dass die Polizeibeamten, die also hier ermittelt haben, überhaupt keine konkreten Zahlen benennen konnten, die den Betrugsvorwurf hier erhärten sollten, was Herr Ballweg denn vielleicht privat an Spenden verwendet haben soll, so wie es in der Anklage ja steht. Also da scheint es auch sehr, sehr viele Pannen gegeben zu haben beziehungsweise Schlampereien im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Gleiches scheint ja für den Steuerhinterziehungsvorwurf zu gelten. Sie haben uns das sehr schön dargelegt, Herr Homburg. Ich glaube, wir sind etwas schlauer. Wir können solche Themen, die auch komplex sind, wie das der Steuerhinterziehung, sicherlich immer nur anreißen. Aber es waren spannende Einblicke. Und ich danke Ihnen für das Interview und überhaupt auch für Ihre sonstige Tätigkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Die Welt am Sonntag berichtete vergangenen Sonntag über eine Zitat Prozesswelle gegen Ärzte Zitat Ende Es wird von Medizinern berichtet, die noch nach Jahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen § 278 StGB vor Gericht stehen, weil sie zum Beispiel falsche Maskenatteste zur Befreiung vom Tragen einer eben solchen ausgestellt haben sollen. Entscheidendes Kriterium in diesem Verfahren ist in der Regel, dass aus Sicht der Staatsanwaltschaften derartige Atteste ohne eine körperliche Untersuchung, also gewissermaßen auf Zuruf, ausgestellt worden seien. Bereits mehr als tausend Ärzte haben die volle Härte des Rechtsstaates, wie es immer so recht platt formuliert wird, zu spüren bekommen. Teilweise wurden Mediziner sogar mit Haftstrafen ohne Bewährung und mehrjährigen Berufsverboten belegt. Hausdurchsuchung und Untersuchungshaft wurden angeordnet. Derartige Verfahren stellen eine enorme Belastung für viele bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getretene Mediziner dar. Die Welt berichtete, dass sich sogar ein angesehener Arzt aus Hessen gleich nach der Eröffnung des Verfahrens das Leben genommen hatte. Und ein Ende dieser Verfahren, geschweige denn eine etwaige milde im Umgang mit den Medizinern, ist nicht erkennbar. Unser Hamburger Kollege Ivan Künnemann ist in gleich mehreren auch noch aktuellen Verfahren als Strafverteidiger involviert und kann uns daher über die Folgen einer Strafverfolgung aus den Corona-Jahren geben, die bis zum heutigen November 2024 andauert. Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Artikel in der Welt vom letzten Sonntag bekannt ist. Beim Lesen hatte ich so den Eindruck, dass die Leitmedien das Ausmaß dieser Strafverfolgung von Ärzten bis dato gar nicht auf dem Schirm hatten und auch nicht darüber berichtet wurde. Sie sind jedoch bereits seit Jahren für Ärzte tätig. Welchen Kenntnisstand haben Sie zu dem Thema und gibt es noch Verfahren, die Sie aktiv als Verteidiger betreiben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da tatsächlich einen sehr, sehr tiefen Einblick, weil ich über mehrere Jahre auch durchaus nicht nur die Ärzte, sondern auch eben Patienten, denen eben der Vorwurf des 279 StGB, also des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses gemacht wird, ebenfalls auch vertreten habe beziehungsweise teilweise auch noch vertrete. Es ist eben nicht nur so, dass die Strafverfolgung gegen die Ärzte noch nicht abgeschlossen und eingestellt ist, sondern dasselbe trifft tatsächlich auch noch die Patienten. Wenn wir uns den Tatbestand des Paragrafen 278 StGB einmal näher anschauen, dann heißt es ja eigentlich, dass der Arzt, der ein unrichtiges Attest über den Gesundheitszustand ausstellt, sich strafbar macht. Allerdings, das weiß ich, reicht es bei den Gerichten offenbar auch schon aus, wenn zuvor gar keine körperliche Untersuchung stattgefunden hat. Wohin nehmen die Gerichte diese Annahme? Also es gibt tatsächlich eine Entscheidung des Reichsgerichtes aus dem Jahre 1940. Das ist der sogenannte Dirnenfall, wo eine Prostituierte, damals eben als Dirne bezeichnet, auf Grundlage des Geschlechtskrankheitenschutzgesetzes verpflichtet war, in ihrem sogenannten Dirnenbuch in einer bestimmten Periode einen Arztstempel einzufügen, der eben belegt, dass sie frei von Geschlechtskrankheiten ist. Und dieser Arzt, der damals verurteilt worden ist, das Ganze spielte in Dortmund, der hatte in diesem konkreten Einzelfall, der damals entschieden worden ist, einen Vertrag mit dem Gesundheitsamt, dass er eben sich verpflichtet, bei der Untersuchung, diese Dirnen, eine körperliche Untersuchung vorzunehmen. Also letztlich hatte ihn hier eine Vertragspflicht eigentlich getroffen. Aufgrund dessen steht eben in dieser Entscheidung auch eben drin, dass eine nicht vorgenommene körperliche Untersuchung quasi genau zum selben Ergebnis käme, als wenn man etwas Falsches erklären würde als Arzt. Und deshalb sei auch die mangelnde körperliche Untersuchung in diesem Fall Auslöser dafür, dass das Gesundheitszeugnis im Endeffekt unrichtig sei. Das ist quasi die Mutter allen Übels, diese Rechtsprechung. In Zeiten von Corona ist diese Rechtsprechung eben wieder aufgegriffen worden, unter anderem auch vom OLG Zelle mit dem berühmten Leitsatz, dass ein Mediziner mit der Erstellung eines Attestes eine erfolgte Untersuchung erklärt, mit der Erstellung eines Attestes, dass er eben untersucht habe, konkludent. Das würde er erklären, basierend eben auf der Rechtsprechung hier vom Reichsgericht. Ich habe das natürlich auch analysiert. Es ist tatsächlich in neuerer Zeit keine Entscheidung zum 278 ergangen, die nicht auf diese reichsgerichtliche Rechtsprechung oder auf andere Entscheidungen, die wiederum auf diese reichsgerichtliche Rechtsprechung Bezug nehmen, zu stützen. Also keine Verurteilung eines Arztes ohne Einbeziehung dieser Entscheidung. Wir haben einen Freispruch tatsächlich. Das war der in Bochum. Da ist mit den Entscheidungen bekannt. Da nimmt der Spruchkörper keinen Bezug auf diese Entscheidung, überprüft halt eben trotzdem, ob eine Untersuchung erfolgt ist. Und in diesem Fall konnte zumindest nicht widerlegt werden, dass die Patienten alle vor Ort waren und untersucht worden sind. Das hat zu einem Freispruch geführt. Aber dort ist eben zumindest keine Zitation oder Bezugnahme auf die Entscheidung des Reichsgerichts erfolgt. Alle anderen haben diesen Bezug. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ein Urteil aus den 1940er Jahren in Deutschland dürfte ja durchaus als bedenklich angesehen werden. Gleichwohl berufen sich eben, wie Sie gerade eindrucksvoll geschildert haben hier, die Gerichte darauf. In dem Urteil stehen sicherlich noch, ich kenne es auch, durchaus noch andere Anmerkungen, die man eher als ideologisch behaftet verorten kann. Also das ist schon ein starkes Stück, aber es passt eben. Naja, da möchte ich einhaken, weil ideologisch einordnen kann, ist zu wenig. Also hier steht ganz klar in dieser Entscheidung in Bezugnahme auf den damaligen Paragrafen 327, der eben auch dort Arztrecht zum Gegenstand hat und dort ebenfalls einschlägig war. Der war dort damals noch relativ neu. Dort hat der erste Strafsenat des Reichsgerichtes, natürlich besetzt mit hochkarätigen Nazis im Jahre 1940, relativ klar gesagt, dass man auf linke Gruppen im Reichstag keine Rücksicht mehr nehmen kann, nachdem man sich nun dazu entschieden habe, sich nationalsozialistischen Grundsätzen und auch der Volksgesundheit zuzuwenden. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als ein bisschen Ideologie. Ja, umso schlimmer, dass heute Gerichte darauf noch Bezug nehmen. Gleichwohl gibt es ja, das haben Sie auch schon gesagt, natürlich Gerichte, die hier dann die Untersuchung, wenn sie denn auch tatsächlich stattgefunden hat, auch in Frage stellen. Wie machen die das dann vor Gericht? Wie ist das zu verstehen? Was unternehmen Gerichte dann, um hier den Ärzten nachzuweisen, dass sie einen Gesundheitszustand eines Menschen falsch attestiert haben in Bezug auf diese Maskenbefreiungsatteste? Ich finde es gut, Herr Kollege, dass Sie direkt den Wortlaut auch benutzen. Wir haben ja eigentlich die Grenze des Wortlauts im Strafrecht. Das wird auch die Absurdität zeigen, der Tricks oder der Wege, die man hier wählt, um doch eine Strafbarkeit zu erreichen. Und ich formuliere das ganz bewusst so, wie ich das gerade gesagt habe, um eine Strafbarkeit zu erreichen. Beispielsweise in Niedersachsen nimmt man gerne Bezug auf die im Attest genannte Diagnose, bestellt dann einen Medizinerkollegen als Sachverständigen aus diesem Fachbereich, der dann ein Gutachten fertigt, ob die im Attest genannte Erkrankung ausreichend wäre um jemanden von der Maske zu befreien. Ich denke, da Sie ja auch Strafrechter sind, wissen Sie, ein unrichtiges Gesundheitszeugnis ist eine Tatsache. Entweder ist etwas unrichtig oder richtig. Das kann niemals mit einem ärztlichen Ermessen im Sinne von, reicht das oder reicht das nicht, erfüllt sein. Nichtsdestotrotz gehen große Teile der Gerichte in Niedersachsen solche Wege. Dann haben wir jetzt ja gerade ein größeres Arztverfahren in Hamburg. Da scheint es so, als ob das Landgericht sich noch nicht festgelegt hat, ob man vielleicht doch auf die Rechtsprechung des Reichsgerichtes und der darauf bauenden Rechtsprechung eine mögliche Verurteilung stützen möchte. Oder, und das ist dann hier die Besonderheit, hier haben wir ebenfalls ein, was soll ein medizinisches Gutachten des UKE sein, wo eben die Frage gestellt wird, bei dem, was der Arzt da unternommen hat, hätte er so eine Erklärung denn abgeben dürfen? Also es geht eher in die Richtung einer Sorgfaltspflichtverletzung beim Untersuchungsregime quasi, wo dieses Gutachten zu dem Schluss kommt, dass quasi alle Methoden der Untersuchung durchgezogen werden müssen, bis zu einer endgültigen Diagnose, bevor ich einen Maskenattest ausstellen darf. Dass das natürlich medizinethisch auf den ersten Blick schon nicht vertretbar ist, ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist eben, dass wir hier dann ja immer noch keine Unrichtigkeit per se haben, dann mag er vielleicht seine Sorgfalt nicht richtig ausgeübt haben, aber das ist maximal ein berufsrechtlicher Verstoß und sicherlich nicht ein Verstoß, der strafrechtlich zu ahnden ist, im Sinne eines Ultima Ratius des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und der 278 als Strafrechtsnorm ist ganz, ganz sicher nicht die Supranorm des ärztlichen Berufsrechts, wo man quasi berufsrechtliche Verstöße, die man berufsrechtlich nicht ahnden möchte, strafrechtlich ahndet. Auch das ist es nicht. Dennoch wird auch dieser Weg gegangen. Man sieht, da ist tatsächlich der Kreativität fast keine Grenze gesetzt. Wir haben halt mit dem 278 einfach einen Tatbestand und das ist ja auch tatsächlich Gegenstand des Weltartikels, der bis vor wenigen Jahren einfach so gut wie keine Rolle gespielt hat. Und der Artikel des 279, der natürlich damit in Verknüpfung ist, also das Gebrauchen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses, der ist tatsächlich vorher auch so gut wie nie vorgekommen. Ich denke, ich verrate Ihnen, Herr Kollege, da nichts Unbekanntes, dass 278, 279, soweit sie halt in der Vergangenheit zum Tragen gekommen sind, in erster Linie den Leistungsbezug von Behörden oder Versicherungsgesellschaften, der durch falsche ärztliche Gesundheitszeugnisse erreicht worden ist, um das eben zu ahnden und die ärztliche, schriftliche Lüge, die möglicherweise dann eine Leistung im Sinne einer dauerhaften Zuwendung nach sich zieht, um das eben auch auf der Arztebene zu ahnden. Und davon hat sich dieser Tatbestand in den letzten wenigen Jahren maximal entfernt. Ja, Sie sagen es, das ist unglaublich, welcher Verfolgungseifer da erkennbar ist. Es geht ja noch sogar so weit, dass eben hier die Patienten wegen Anstiftung zur Ausstellung eines falschen Gesundheitszeugnisses ebenfalls belangt werden. Da werden zum Teil eben auch Patienten verurteilt, bevor überhaupt die eigentliche Haupttat, nämlich dieses Ausstellen, bevor die überhaupt abgeurteilt ist oder überhaupt festgestellt worden ist. Also das nimmt Auswüchse an und immer noch sind diese Verfahren ja vor Gericht. Man muss das sich ja mal vorstellen. Die habe ich so auch nicht für möglich gehalten. Den Punkt, den Sie gerade ansprechen, den finde ich ganz, ganz wichtig, insbesondere auch für die wenigen Juristen, die zuhören möglicherweise, aber auch für die Leute, die logisch denken können. Wir haben halt eben Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrechte in der Strafprozessordnung, die eben dazu führen sollen, dass man sich nicht selbst belastet. Und wenn man jetzt jemanden als Teilnehmer einer Haupttat, denn die Anstiftung ist eine Teilnahmehandlung, an einer Haupttat quasi vorher verurteilt und inzident in diesem Verfahren meint, die Haupttat geprüft zu haben, dann führt das zu dieser Absurdität, dass ein Anstifter zu einer Haupttat im Rahmen des Verfahrens, wo die Haupttat verurteilt werden soll, kein Zeugnisverweigerungsrecht mehr hat. Das zeigt die Absurdität der Wege, die man hier bereit ist zu gehen. Und im Übrigen, wir haben in der 279 mit geringer Straferwartung, das sind eigentlich so Delikte, die regelmäßig, wenn ich jetzt im Bereich der Beleidigung und ähnlichen Delikten mit ähnlicher Straferwartung sehe, die häufig eingestellt werden wegen Geringfügigkeit und so weiter. Hier gibt es die klare Anweisung der Staatsanwaltschaften und damit haben die Staatsanwaltschaften tatsächlich auch gar kein Problem, das im Prozess auch deutlich zu sagen, das Regime, diese Verfahren nicht einzustellen. Das ist auch per se nochmal ein Skandal. Das ist die Erkenntnis, die ich auch in anderen Verfahren habe. Ja gut, kommen wir noch zu dem Thema RKI-Files. Die werden von Ihnen auch bei Gerichte eingeführt, spielen die eine Rolle oder kann man sagen, das wird alles links liegen gelassen? Also die sind ja noch relativ frisch. Ich sage mal, der informierte Zuhörer wird denken, wie relativ frisch geht doch schon seit Monaten. Man darf nicht vergessen, dass Justitias Mühlen langsam mahlen. Die verwaltungsgerichtliche Vorlage-Situation in Osnabrück zeigt es ja, dass es alles ein bisschen dauert. Das war jetzt das erste Verfahren, wo diese RKI-Files, man muss jetzt dazu wissen, dass Verwaltungsgerichte eine eigene Aufklärungsmaxime haben, das Gericht tatsächlich selber mal auf den Gedanken kommt, diese Unterlagen zu benutzen. Fakt ist, in den Strafverfahren macht das durchaus Sinn, mit entsprechenden Beweisanträgen die RKI-Files einzubringen. Im Moment handhaben wir es so, dass wir die RKI-Files zur Akte bringen, ohne konkreten Beweisantrag, dass die schon zur Akte sind und je nach Verfahren und man darf am Ende des Tages nicht vergessen, Strafrecht ist eine Einzelfallbetrachtung, da zieht nicht die große Keule und da muss man halt je nach Verfahren schauen, welche Aspekte der RKI-Files unter Strafzumessung oder Tatbestandsgesichtspunkten hier möglicherweise in dem jeweiligen einzelnen Verfahren eine Rolle spielen können. Das ist sicherlich der eine Aspekt, den man in Strafverfahren mit den RKI-Files immer verfolgen kann. Ob die dann am Ende helfen oder nicht, es gibt diesen Spruch vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Natürlich ist die Qualität des Spruchkörpers dann auch entscheidend dafür, welche eingereichten Unterlagen, Anträge und vielleicht auch Einzelheiten letztlich in der Entscheidung Berücksichtigung finden. Ja, ich merke schon, es ist viel zu tun in dem Bereich und wir können das hier auch am Ende nur anreißen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Einblicke, die spannend sind, finde ich, und die einfach auch mal hier eine weite Hörerschaft finden sollen. Vielen Dank, Herr Kollege, für das Gespräch und wir bleiben da am Ball. Dankeschön. Sehr gerne. Die Erkenntnis, dass die Corona-Jahre und ihre Rechtsprechung einer umfassenden Aufarbeitung bedürfen und wir die Lehren für die Zukunft daraus ziehen müssen, ist nicht neu. Ob überhaupt eine juristische Aufarbeitung, die ihrer Bedeutung gerecht wird, je stattfinden wird, vermag ich nicht vorhersagen zu können. Jedoch ist es gerade die Aufgabe der Anwaltschaft, immer wieder diese Aufarbeitung zu fordern und auch heutige Fehlentwicklungen sichtbar zu machen. Denn die Anwaltschaft ist es, die ihre Mandanten und somit die Bürger auch vor Fehlentscheidungen durch Gerichte und Behörden sowie vor staatlicher Machtüberschreitung zu schützen hat. So geschrieben in § 1 Absatz 3 der Berufsordnung der Rechtsanwälte. Ein Achselzucken des Shit Happens, welches der ehemalige BGH-Richter Thomas Fischer meinte, in diesem Zusammenhang von sich geben zu müssen, ist daher nicht akzeptabel und aus anwaltlicher Sicht sogar beschämend. Deswegen werden wir hier in unserer Sendung der Rechtsstaat das Thema Aufarbeitung nicht vergessen und im Fokus unserer Arbeit halten. Schließen will ich erneut mit einem Zitat aus dem hier in Köln so gefeierten kölschen Grundgesetz. Denn gleich in § 1 heißt es, es ist wie es ist, es ist wie es ist. Die hiermit zum Ausdruck gebrachte rheinische Gelassenheit, die am Ende in einer Gleichgültigkeit, ja sogar Hilflosigkeit zu münden droht, sollte sicherlich kein Maßstab sein, um die Fragen und Probleme des Irrsinns einer Corona-Rechtssprechung unbehandelt zu lassen. Mein Name ist Dirk Sattelmayr. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge des Rechtsstaates hier auf Kontrafunk eine wohlfühlende Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Campus des ZDF für funk, 2017 und zur nächsten Folge des ZDF für funk, 2017 bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge